Ich bin so intelligent, also ich bin so intelligent. Nehmt gleich ein bisschen Mehrwertsteuer mit, weil wir das Eier auch noch, obwohl ihr könnt, eigentlich auch einfach. Ein, ähm, Schalter basteln, das würde auch funktionieren. Aber es wäre zu einfach, meine Kinder, es wäre zu einfach. Ja, dann würde ich sagen, da wir eh kaum Holz haben, besuchen wir mal kurz unseren Wald. Der da hinten steht auch noch, gell, dann holt's noch was von dem da hinten ab. Das passt auch. Lass uns hier noch ein bisschen stehen und holt's noch mal hier hinten ordentlich ab. So. Oh, oh, oh. Ich würde da gerne auf Version 1.7 umschalten, da kann man das Wetter kontrollieren. Da kann man wirklich jeden einzelnen Sound kontrollieren, wahrscheinlich dann auch Matmos so ein bisschen. Aber, äh, da hätte ich mir die ganzen geilen Mods nicht. Auch wenn Matmos vielleicht ab und zu mal ein bisschen laut ist. Aber ansonsten ist es doch ein sehr schöner und, äh, auch unterhaltsamer Mod, der ein bisschen Qualität reinbringt ins Spiel. Die ich ja dieses Jahr natürlich auch wieder steigern möchte, wie ich das in der Rede schon gesagt habe. Ne, warte mal. Ne, Quatsch, das ist ja immer, wir sind ja, ach, dadurch, dass ich jetzt die Rede gehalten habe, denke ich, jedes Mal die Aufnahmen sind jetzt schon fürs nächste Jahr. Aber, es ist ja sogar noch vor der Rede, glaube ich, hier. Vor der Weihnachtsrede. Und ich bin da mal ganz ehrlich, ich bin ja mal gespannt, wie viele Kommentare ich unter dem Video erhalte. Ey, das kannst du von Gronkh geklaut. Und wie oft ich sagen werde, ja, ja, den Hintergrund und auch das Ding in der Mannschaftsmusik, das habe ich von Gronkh einfach, weil es perfekt, das ist, besser kannst du es nicht machen. Es ist einfach eine perfekte Stimmung einfach so für so eine Rede. Und, ähm, ja, ich will mal wissen, bin mal gespannt, wie viele Kommentare ich da kriege. Äh, was hast du von Gronkh geklaut? Das will ich mal wissen, das interessiert mich. Schreib doch auch du darunter. Ey, das hast du von Gronkh geklaut. So. Ähm, Holz. Holz, 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 Holz. Ähm, Holz. Und da fahren wir hier mal ganz kurz so ein bisschen ab. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal für ein bisschen, für ein paar Tage wieder Ruhe. Für ein paar Folgen. Und können wir dann... Genüsslich. Oh, da haben wir da mal was. Ach so. Können genüsslich mit Holz etwas bauen. Momentan brauchen wir es ja nicht so stark. Ich denke mal, wenn es dann wieder in die Phase geht, wo wir dann... Autsch! Na, klasse. Da bleibt es halt da oben, ist auch nicht schlimm. Können wir später immer noch mitnehmen. Ich denke mal, wenn es dann wieder in die Phase geht, wo wir anfangen, Gebäude zu bauen... Das wird auch kommen, weil ich habe noch eine ganze Menge Gebäude, die ich bauen will. Also was ich da alles noch in Planung habe. Eine Kirche, ein Bäcker, das und das. Und einige Dinge, die ich noch nicht verraten habe. Ist sowieso, dass ich... Ich verrate ja immer sehr viel, was ich mache. Ich bin schlecht in Geheimnisse aufbewahren. Ist das ein Vorteil oder ist das ein Nachteil? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin... Also wenn... Also jetzt nicht so private Geheimnisse oder so, das kann ich schon aufwarten. Aber so, wenn es nicht weiter tragisch ist, ob man es erzählt oder nicht, oder... Dann bin ich sehr schlecht darin, Dinge für mich zu behalten. Ich will mal alles sofort mit der Welt teilen. Warum bin ich auf Facebook? Nein, deswegen... Aber... Weißt du? Kennst du solche Storys? Ey, ich habe mein Leben auf Facebook gepostet. Schön. Hat auch jeden interessiert. So. Boah, das ist doch gerade laut alles, ey. Ein bisschen Musik runterschrauben hier. Es ist 22.30 Uhr nachts und ich... Mit dröhnt die Musik ins Gehör, als wenn ich... Wiss ich. Ich bin auch anwischen. Ja, das habe ich gemerkt. So. Ich bin noch ein bisschen zuppeln, da noch ein bisschen zuppeln. Wunderschön, wunderschön. Haben wir hier noch einen Baum? Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Das ist... Habe ich so einen Riesenwald hier angepflanzt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt... Wenn ich jetzt ein Durchflüge, dann sind das wirklich etliche Bäume. Das kam mir gar nicht so vor, als wenn das so viele wären. So. Jetzt hier noch ein bisschen. Ich glaube, wir müssen unser... Und was ich auch machen werde auf jeden Fall. Wir werden über... Ich weiß nicht, ob ich das schon mal... Ich glaube, das habe ich sogar schon mal erwähnt. Wir werden auf jeden Fall über unser Gewächshaus da noch ein Riegel drüber ziehen. Vielleicht machen wir sogar ein richtig großes Glasgewächshaus draus. Auf jeden Fall, äh... So, dass da keine großen Bäume mehr entstehen können. So werden wir das machen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich sogar ein großes Glasgewächshaus draus. Ist ja die Frage, passt es in unsere mittelalterliche Welt, wenn da... So ein... Glasgewächshaus steht. Noch ist es ja nicht so ganz mittelalterlich. Noch hält sich alles in Grenzen. Ich weiß nicht. Aber müssen wir mal schauen. Wenn es Fantasy-mäßig wird, also mehr Fantasy als Mittelalter... Dann kann man das machen. Dann passt das auch ein bisschen. Dann kann man ja auch ein paar neuere Einflüsse mit reinbringen in die Welt. Ist vielleicht ganz cool, falls ich mal vorhabe, doch mal was moderneres zu bauen. Ansonsten, ähm... Würde es nicht ganz so passen. Also wenn man da so... Eine Burg oder so ein Schlöss da noch reinhaut, Zimmer und so... Und dann das und das noch. Und dann noch einmal steht da so ein Glasgewächshaus... Äh... Was? Muss man mal schauen. Ich denke mal, es wird dann wahrscheinlich eher so in die Richtung Fantasy gehen. Das ist... Dass man sich halt ein bisschen was offen lässt noch. Ey, du hast da was offen gelassen. So. Jetzt tun wir noch ganz schnell hier die ganzen Sätze einsammeln. Ich liebe Grünzeug. Ich liebe Grüngezummelz. Macht mich glücklich mit Grüngezummelz. Und ich liebe meine Schwert. Also mein neues, altes Schwert war es. Ich habe es ja schon ein Stück länger, aber... Aber jetzt nutze ich das richtig. So. Grüngezummelz. Zombiegezummelz. Wer mag kein Zombiegezummelz? Ich mag Zombiegezummelz. So, hier noch ein paar Sätze. Und ich liebe Grüngezummelz. 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 Ja, gut, das war unklug. Komm her. Guck, boah. Nicht gebrochen. Okay, nicht gebrochen. Hallo? Jünter. Der Regen nervt mich gerade ein bisschen. Ich will den aber nicht ausstellen. Das ist nur das Problem, was ich habe. Ich will den Regen nicht ausstellen, auch wenn er nervt. So, oh, nicht noch einer. Ich habe genug von eurer Brut. Aua. Stopp. So, komm her. Hier ist der Creeper. Creeper? Keine Ahnung. Hinten können die Creeper hoch explodieren hier. Sind wir ja noch nicht so am Berg hin. Das stört uns nicht wirklich. Später dann mal hier. Aber hier hinten, das wird dann eine geniale Stelle, um zu expandieren. Wenn wir dann mal größer werden sollten und uns ausbauen wollen. Hier hinten in diese Richtung werden wir uns wunderschön ausbauen können. Weil hier ist einfach so viel freie Fläche noch. Auch in die Richtung, da hinten ist noch freie Fläche. Und auch zum Dorfen. Also wir haben hier wirklich ideale Bedingungen, um uns auszubauen. Da bin ich in vollen Reihen. Hier wahrscheinlich irgendwo. Jaja, du schießt mich gleich ab. Das war mir klar. Ich habe eine gute Rüstung. Vergiss es. Das wird nichts. Wenn ich mal was essen würde zwischendurch. Jetzt würde ich mit I ins Inventar. Das bin ich jetzt von, ähm, ja, wunderschön. Das bin ich jetzt von Starbauer und so gewöhnt. Ist ja das Spiel der Junge. Äh, wir kommen Spiele rüber. Aua. Das Spiel der Junge einmal im Spiel. Und sofort muss ich ein Spiel kaufen. Und sofort durchzocken. Also durchzocken kannst du nicht, aber ich hänge momentan an dem UFO. Also ich weiß, wie es Blatt geht. Und ich weiß, wenn man das UFO-Blatt kriegt, kriegt man diesen Metal-Core. Und kann damit in die Beta-Galaxie reisen, aber... Ist so schwer. Das ist, vor allem ist das so nervig. Und dann hatte ich es einmal fast geschafft. Das ist halt ziemlich zeitaufwendig. Deswegen bin ich da nicht ständig anzutreffen. Da hatte ich es einmal fast geschafft. Und dachte mir, ab der Hälfte so... Obwohl, es war schon mehr als die Hälfte. So speicherst ab, damit es dir nicht schief geht. Hab gespeichert. Und beim Speichern, das wusste ich nicht, landet man automatisch auf dem Schiff. Ja, klasse, gell? Gibt es dir voll die Mühe für den Mist? Oh, na gut, dann schon muss ich halt so werden. Gibt es dir voll die Mühe und dann im Endeffekt, was kommt raus? Du landest auf dem Schiff. Klasse. Das muss man hier ändern. Oh, kann man nicht so aufheben. Das ist ein kleines Inventar. Ich will hier mein Starboard-Inventar haben. So. Die letzten noch. Da müssen wir mal hier irgendwann die Felder achts. Alles wird gut. Alles wird besser. Wir wünschen uns Helder auf Ehren. Ihr habt doch Felder. Ja, aber nicht auf Ehren. Da stehen jetzt ganz viele lustige Kisten. Lustige Kisten. Wer mag keine lustigen Kisten? So, dann machen wir mal hier zwei davon rein. Haben wir hier irgendwas, was... Und als... Ja, ich könnte maximal... Holz... Ne, Klasse, noch. Noch Holz. Äh... Jetzt kommen wir hier auf den Namen. Was ist es? Eine Harke. Eine Holzharke. Melonen, Melonen, Melonen. Äh... Grüngezuppel. So. Bäume... Ach ne, Baumgezeugst ist das ja. Das ist ein Unterschied. Grüngezuppel und Baumgezeugst. Das muss man klar definieren. Da gibt es klare Unterschiede. Äh... Ich weiß zwar nicht, warum das jetzt hier ist. Aber auch nicht schlimm. So, okay. Dann haben wir hier noch... Zückherr... Ach, ach, Zückherröhr. Und... Haben wir hier noch draufseitig liegen? Blumen... Grüngezuppel... Oh, glücklich. Baumgezeugst. Haben wir noch ein paar Äpfel. Also, so viel Äpfel haben wir das echt krass. Jetzt folgt krass halt. So viel Äpfel habe ich noch nie gehabt, den Leben. So, gehen wir schlafen. Dann holen wir uns schnell Level 30. Äh, dann holen wir uns schnell Level 30. Dann verzaubern wir schnell uns mit unserem Level. Ich würde gerne mal verzaubern wollen. Haben wir irgendwas dabei? Wir haben nichts dabei, was man verzaubern könnte. Aber wir könnten mal unseren Bogen reparieren. Hier unseren übelsten Oberbogen. Oberbogen. Dann mussten wir mal reparieren. Und dann würde das auch alles klappen. Moment, dann nehme ich mir ganz klar. Ganz kurz hier mal die Stiggis. Und... Was ist denn da? Ach, hier. Das ist unsere Weihnachtsgeschenke. So, Moment. So, und Bogen. Wunderschön. Da können wir uns mal gucken, wie viel es kostet, wenn wir unseren Bogen reparieren. Na, du Hühnchen. So. Geh ich es überhaupt nicht? Ich will mehr Tiere in der Welt. Ich will einfach mehr Tiere. So. Zeig ich mal her. Hey. Ich bin begeistert. Blup. 31 Level weg. Ungebar. Was willst du mehr? Ist die Schaufel? Ach, die Schaufel ist gar nicht verzaubernd. Siehst du mal. Wissen wir mal, was ist das Verzaubern? Eine Schaufel. Das kann ich hier nicht dulden. Das sieht einfach grottig aus. Weil der oft bewegte, der oft benutzte Weg zum Lager kann einfach nicht so stehen bleiben. Es ist für mich nicht tragbar. Diese Dimensionen scheussischen Aussehens, scheusalischen, scheusalischen, scheusalischen Aussehens, sind für mich einfach nicht tragbar. Geht doch viel freundlich aus. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Blup, blup. So, was hat man hier eigentlich noch zu stehen? Sky Island bebauen müssen wir auf jeden Fall machen. Kirsche müssen wir noch bauen. Andenken für Mütze 2 müssen wir noch bauen. Begreif muss noch bauen. Gemüterland müssen wir weiterbauen. Hölle müssen wir noch bebauen. Tränkeproduktion starten. Haben wir geschafft. Blup. Vers 46 Vers 67 hel